So Leute, da sind wir wieder zurück bei Bodycount. Versuchen hier immer noch diese Minen zu deaktivieren und kriegen permanent auf den Sack. Aber unsere Taktik wird immer ausgefeilter. Das könnte man schon beinahe als Speedrun hier geltend machen. Ah ja, feindliche Toten. Für den Arsch. So, wo ist er denn hier oben? Der kommt noch. Ich kenn mal schon. Bitte zur Seite treten. Können natürlich den Dicken hier oben noch wegfischen. Ja, schön. Das hat sich gelohnt. Der Fette kommt halt nicht hier rein, ne? Hallo? Alter, was ist denn da unten los? Ich glaub, er hängt. So, Adrenalin und dann spammen wir ihn mal zu. Ich glaub, wir haben ihn. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub, wir haben ihn. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt, da man. Jetzt, da man. Treffer von hinten. Komm. Die. Die bei my Patrone. Die bei Bly. Das wird irgendwann ein neuer Metal-Slogan. Nicht die bei my sword, die bei steel. Die bei Bly. So. Es sind immer noch sehr viele Gegner zu sehen auf der Garte. Ich werde mal von hier oben gucken. Wäre da weh. Ah, dieses blöde Rauchen da. Das verdeckt mir die ganze Sicht. Ich seh keinen. Oh, ihn seh ich. Er weiß überhaupt nicht, was los ist. Dreht sich in die falsche Richtung. Kopfschuss. So, jetzt geh ich mal wieder runter. Wir müssen das Ding ja noch deaktivieren. Es geht einfach permanent was hoch hier, ne? So, seh mal denn hier irgendjemanden. Hier ist einer direkt über uns. Den ich nicht sehe. Ich seh ihn einfach nicht. Den hab ich gesehen. Okay, jetzt spawnen immer neue. Okay. Komm jetzt. Stirb endlich. Oh, ich will es jetzt. Das ist unsere Chance. Hallo. Sehr gut. Ich hoffe, es speichert jetzt, ey. Fuck, von rechts. Ist er tot? Ne. Ey, ihr seht mal, wie schwer das wirklich ist zu zielen. Aber es ist darauf ausgelegt, dass man hier wirklich in Deckung geht. Okay, ich möchte einfach nur noch davor kommen. Es sind so viele Gegner gerade. Ich komm nicht mal mehr hier weg. Die sammeln alle meine Muni ein. Lass die liegen, Junge. Saug dir nicht die Muni ein. So. Jetzt kommt der Dirt Devil und saugt erst mal die ganze Muni wieder weg. Enten ist noch einer. So. Ich bin ja mal ge... Oh, hier haben sie Minen hingelegt. Das ist alles rot. Muss ja aufpassen, nicht, dass ich hier reintappe. Da fliegt mir gleich mal ein Bein weg. Tja. Jetzt ist die Frage, von wo kommen sie dann, ne? Alter! Ach so, die ganzen Minen, die sie legen, die gehen dann automatisch irgendwann hoch. Damit die hier nicht alles zuspammen können. Ähm. Ach, ich aktiviere jetzt das Ding einfach mal. Ah ja. Alter! Und laufe dann erst mal in die einzige Mine, die noch aktiv ist. Das ist mein Plan. Bitte. Er hat sie nicht wirklich an die Decke geworfen. Naja. Erst mal das Haus abreißen, wo wir drin stehen. Klingt nach einer guten Taktik. Wenn jetzt ein Vetter kommt, ey, dann bin ich am Arsch. Na, komm. Sehr schön. Wir müssen erst mal die Feinde dezimieren, bevor wir mal das Ding entschärfen. Die sind überall. Die strunzen hier auf der Straße rum. So, Kopftreffer. Alter, geht sie auch irgendwo rein? Danke. Ah. Ey, die sind überall. Ich kann nirgendwo in Deckung gehen. Ich muss halt da rüber. Okay, ich versuche es mal zu schießen, indem ich einfach das Stockwerk drüber gehe. Vielleicht reicht es von der Entfernung, dass ich es deaktiviere. Auf der Straße habe ich keine Chance. Und? Reicht nicht, ne? Ne. Man muss wirklich davor stehen. Shit. 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 Alter. Er hat echt verdammt viel ausgehalten gerade. So. Und es kommt wieder einer. Ich sag euch was. Ich werde alles besser machen ab jetzt. Ich verspreche es. Geh hoch. Ah. Ich gehe einfach hier hin. Warte jetzt und knallse alle ab. Na, da saugt schon wieder wer. Drick. Und? Noch wer? Boah, er schmeißt es aber auch mal einen halben Meter noch nach oben. Boah, trotzdem geklappt. Ich und Granatenwurf-Technik spielen. Ey, das ist wirklich... Ey, das sind einfach unendlich. Ist das ein fetter? Ne. Okay. Ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn doch. Warum renne ich denn raus? Ey, wir haben so viele Minen. What? Alter, das Haus geht einfach mal hoch jetzt. So. Soll ich nicht was sagen? Ich spame jetzt alles zu und dann gehe ich wieder in das Haus. Das ist mein prinzipieller Plan. So. Oh Gott. Ich höre sie überall rumstottern. So. Dann wollen wir nochmal. So. Und weg. Ja, ich weiß. Ne. Raus aus der Hüte. Das ist meine. Das hat man doch wohl eindeutig abgemacht. Sollen sie kommen. Na. Das war, glaube ich, dumm. Ja. Da gehen natürlich unsere Minen mit hoch. Das war dämlich. Ich hoffe, jetzt kommt keiner von rechts oben. Das wäre natürlich doof. Das wäre echt doof. Ey, da saugt wieder einer. Ah. Warum kann ich da nicht das Loch schmeißen? So. Da soll es hin. Ich glaube, er ist weg. Ne. Du kleiner Pimmelsack. Klaus dir meine Muni und verkrümelt es dich dann. Ne, 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 ne. So, da oben war noch irgendwo einer. Der da. Okay. Ob ich es probieren sollte? Ich glaube, ich traue mich mal wieder hin, hä? Es sind überall noch so Marker, dass hier Gegner sind. Aber ich sehe halt keinen. Oh, wartet mal. Von hier geht es auch. Von hier geht es auch. Oh. Ach komm, das ist doch wohl echt fies. Das ist ja wohl echt fies. Mitten auf der Straße und dann spawnen sie direkt hinter dir und schießen den Kopf. Das ist... Naja. Ich weiß nicht, wie ich davon halten soll. Die waren ja eben noch nicht da. Ich drehe mich rum und auf einmal stehen sie da. Das ist schon... Das ist schon nicht fein. Andererseits benutze ich gerade dummerweise... auch wieder nicht meine Special-Fähigkeiten, aber ich habe aber auch keine. Warum habe ich so wenig? Kann mir das mal irgendjemand verraten? Ich sehe dich. Mann! Oh! Ich würde auch eine Granate ins Fenster legen und dann rausgucken. Das ist immer eine gute Variante. Jawohl! An die Wand genagelt. Die. Die. So. Aber die Taktik war nicht schlecht. Die werde ich wieder verfolgen. Oder warte mal. Die war eigentlich besser hier. Hallo. Ach komm! So. Jetzt muss ich eigentlich nur noch warten. Die liegen ja scheiße. Die Granaten da. Die stehen alle direkt hier vor der Hütte. Oder auch nicht. Irgendwie. Irgendwie auch nicht, ne? Da oben. Oh oh, da kommt einer von vorne. Gut. Zweimal erledigt. Kommt der nächste angedackelt. Hey. Okay. Ist er tot? Er ist ja noch gar nicht tot. Hallo? Hallo? So. Die nächsten bitte. Bödup, bödup, bödup. Sehr schön. Vom Balkon gefakt. Es geht bestimmt nach hinten los, wenn ich mir jetzt zu weit vortraue. Aber ich muss halt auch mal was machen, ne? Aktion. Äh, Drei, Aktion. Oh, hallo. Und hallo. Komm, fahr herunter. Ja, irgendwo in dem Haus da drüben sind sie noch. Und es zeigt ja auch noch oben. Aber, pfft, ich seh sie nicht. Und solange sie mich in Ruhe lassen. Ne? Noch mal erwischt. Alter. Ist das ein Gegner? Jo, ist einer. Huh! Alter Verwalter. Erschreckt und erschossen. Mann, 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 Mann. What? What? Von wo? Wo bleib ich denn hier wieder hängen? Irgendwo hier links ist er. Habibubub. Habibubub wird jetzt Bubu machen. So. Ah, da mobst mir wieder einer was. Ja, ich muss leider Gottes. Oh, die Granate war echt gut. Verdammt viel gebracht. Na ja. Lässt sich jetzt nicht vermeiden. Okay. Okay. Jetzt kommt er von hinten. Ja, was willst du machen? Was willst du da machen? Ganz ehrlich, ich hab keinen Plan. Was ich da jetzt tun soll. Das ist wirklich... Das ist echt knüppelhart. Das ist... Möchte ich jetzt mal überhaupt nicht schon unfair. Ja, jetzt... Schieß ihn doch einfach in den dicken Schädel. So klein ist er ja nicht. Oh, jetzt nehme ich mal ganz kurz hier ein bisschen Adrenalin. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Zum Glück zieht das nicht so viel ab. Sag mal, haben die hier Minen ins Klo gelegt, oder was? Eine Minen ins Klo gelegt. Verstehe hier aber was anderes. Aktivieren. Und dann spawnen sie. Das ist so übel, dass der die Granate mal einen halben Meter nach oben wirft. Und jetzt wirft er sie nach unten. Ey, diese Granatenwurf-Technik. Das ist wirklich die Hölle. Weg gewamst. So, aber konzentrieren. Das ist alles gar nicht so schwer. War gelogen. Es ist verdammt sauschwer gerade. Die halten nicht viel aus, hier, die Jungs. Nee. Oh, ich springe natürlich einfach nur hoch. Schön, ich wegspringe. Eigenverschulden. Ich muss leider ganz zugeben. Alter. Da oben. Die. Die, die, die. Die, die, die. Warte. So. Irgendwie rechts neben mir ist noch einer. Da. So. Ready. Aktivieren wir mal das Ding, hä? Aktiviert. Okay. Da hinten kommen sie. Hallo. Und rein in die Hütte. Rein in die gute Stube. Lasst die Spiele beginnen. Bitte kommen sie jetzt. Nummer eins. Man bräuchte irgendwie so ein automatisches Geschütz, was man aber hierhin stellt. Okay, die schießen meine Miene ab. Das ist frech. Das war sehr clever in die nicht vorhandene Deckung gerutscht. So, das geht mal her. Das will ich haben. Stehen die hier alle, na? Ah, warum? Warum bolzen die immer meine Minen gleich ab? Woher se... Hier, was kann mich denn bitte hier treffen? Das ist doch... Das ist doch ein Diss gegen die Menschheit. Nicht auf meine Minen schießen. Woll, Treffer von hinten. Das sind gar nicht mehr so viele Feinde jetzt, oder? Ich glaube, wir haben schon ordentlich dezimiert. Sehr schön. Wo steht hier direkt einer davor? Habe ich das Gefühl. Dieser rote, leuchtende Punkt signalisiert doch der hier. Oder wenn es ruckelt, lädt er wahrscheinlich wieder neue Gegner. Kann auch sein. Die sind alle da oben drauf in der Hütte. Die Gegner können halt auch nicht so viel. Oh Gott, ey. Aber legen halt überall Minen hin. Ah, ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich gucke jetzt erstmal... Meine Herren. Das ist eigentlich auch clever gemacht, ne? Einer geht hoch, bolzt von oben runter und macht seinen Rückweg. Vermienter. Das ist ja eigentlich die Taktik, die ich gemacht habe. Also die Gegner sind schon nicht so blöd. Jawohl. Und damit haben wir die nächsten zum Spawn gebracht. Wo ist er denn? Jetzt gucke ich mal, ob hier noch einer ist. Ne, ist gar keiner. Scheiß doch die Wand an, ey. Ich sehe keinen, aber ich höre sie. Den sehe ich und höre ich. Und spüre seine Kugeln. So. Au. La 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 la. So. Ready. Ach, da kommen sie wieder. Ich will ins Haus. Ich will ins Haus. Ich will ins Haus. Wo ist denn die blöde Tür? Lade jetzt nach, Junge. Alter. Alter. Die zersägen einfach alles. Das ist übertriebene Gewalt. Haben wir sie? Ne. Ra. So, da ist aber noch einer. Einer. Wer kann das ahnen, dass da gleich wieder 15 kommen? Wartet mal. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite und versuchen da einfach mal wenigstens ein bisschen Zeit zu machen. Oh, Min. Holy shit. So, und dem Fenster steht gerade keiner. Lass das. Blöden Cup, Min. Oh, ja, natürlich. Jetzt spams ja Granaten. Da oben. Ab ihn. So, jetzt entschärft das Ding. Komm. Pack deine Affenarme aus. Sie verlassen die Missionsbereiche. Ja, ich verlassen die Missionsbereiche. Ah, ich treffe nicht. Ist er endlich mal tot, oder was? Boah, ich hab das Gefühl, es sind unendlich viele Gegner, ey. Wir werden ewig dran hängen. Dieses Spiel. Das ist ein Never Ending Story Spiel. Der hat jetzt nicht auf den Balkon geworfen, weil er hat es echt geschafft, auf den Balkon zu werfen. Das ist unmöglich. Ich hab einfach nur Schiss, dass gleich wieder einer von der Seite kommt und mich anschießt. Weil die in den Häusern da rum hocken. Was du nicht sagst. Unendlich. Unendlich, Gegner. Jetzt. Komm. Und wieder weg. Und wieder weg. Wieder weg, wieder weg. Wo ist denn die Wand? Die Scheißwand. Ich verlasse alles. Ich verlasse dich, die Welt. Ach du Scheiße. Der Sack. Du hast mich vorhin abgeschossen. Ein zweites Mal gönne ich es dir nicht. Diesmal darf mal wer anders mich abschießen. Hallo? Stirbst du noch, oder lebst du schon? Meine Herren. Okay. Anspannung pur. Lad nach. Er muss immer noch nachladen. Wie oft muss er denn noch an dem Nippel ziehen? So. Komm um die Ecke. Komm um die Ecke und stirb. Renn in das Verderben. Da klappt mir wieder irgendwer was. Komm jetzt. Eine Kugel muss doch treffen. Das gibt's doch nicht. Lad doch jetzt nach. Ey, ich drück wirklich ohne Unterbrechung Viereck. So. Viereck, 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 Viereck. Bis jetzt machen sie nicht so viel. Okay, dann müssen wir wieder weg. Alles geht nicht so. Ja, ja, wir haben's beinahe geschafft. Wir haben's beinahe geschafft. Alles gut, alles gut. Einfach zurückgehen. Zurück. Ich bleib wieder irgendwo hängen. Ach, das nervt so dermaßen, dass ich hier ständig an diesen blöden Balken hänge. So. Und ich darf's nicht wieder zu nah kommen lassen. Und ich darf's nicht mehr wegnehmen. Damit können wir natürlich unser Dingsbums wieder aufladen unten. Ach, das dauert ja ewig. Wir brauchen Granaten. Da ist einer. Bams. Komm, 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 komm. Wo war jetzt meine Granate? Die hat sich wieder... Aber die Miliz war hinter uns her. Da kommen ganz viele. Es gibt keinen Grund, dieses Gebäude anzugreifen, außer dem Waffenterminal. Das muss die Target-Organisation sein. Oh, scheiße, Mann. Wenn die Miliz auf der Spur sind, müssen sie das Network abhören. Wir müssen schnell sein. Finden sie diesen Major. Ziel lokalisiert. Alter, finden sie den Major, Mensch, Baby. Kannst du nicht mal wen anders schicken? Das sind viel zu viele. Ich geh hier nie wieder raus aus dieser Hütte. Was hat das auf jeden Fall gemacht? Nein, du willst.